Kuckuck, grüß euch, ja, ich habe vor kurzem ein Hightech-Gerät erworben, so eine Digitalkamera, und da haben wir gedacht, jetzt muss ich mal ein bisschen spielen damit, käme zwar null aus noch damit, aber die muss jetzt immer dabei sein bei mir, und heute bin ich ja wieder musikalisch unterwegs, ein bisschen Lala machen, ne, und da habe ich mir gedacht, schalten wir ein, bis ich den Knopf gefunden habe, Zeitl dauert, ne, aber jetzt läuft's und läuft's, ähm, ja, nehme ich dir immer mit, zeichne ein bisschen selbst auf, mache ein bisschen so ein Clips, damit ihr seht, was ich überhaupt tue, nicht das heißt, ja, ihr fahrt einfach von A nach B, oder von links nach rechts, oder anders tun wir, nein, nein, ich muss auch bis selbst da, und das möchte ich jetzt ein bisschen zahlen, ja, jetzt muss ich aber eh schon weiter, weil's passiert, ja, muss schon zum nächsten Gig, bis später dann, jetzt muss ich jetzt erst mal schauen, wo man das wieder ausschaltet, also bis später, gell, ne, ich schalte mir das drum aus, da, eh. So, hallo, da bin ich wieder, bin schon angekommen, in Bodenmais, im Bayerischen Wald, ne, genauer gesagt im Hotel Riederin, ein Wellnesshotel, ein super Wellnesshotel, super Küche, geile Zimmer, habe ich schon gesehen, und einen geilen Wellnessbereich, den habe ich auch schon natürlich genutzt, ne, da hinten Spül, ne, da muss ich jetzt ganz schnell aufbauen, damit ich jetzt dann noch das Buffet erwischt, das ist ganz wichtig, ne, also, bis gleich. So, fertig aufgebaut, Prost, schnell gegangen, und jetzt geht's ab, ans Buffet, Prost. I don't know, have you ever seen the way, coming down the sun again? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020